Eine Armee von Leichen liegt an diesem Fluss. Verbrecher heißen mich als einen von ihnen willkommen. Ein Fehler, der leicht passieren kann. Der Teufel stellt seine Armee auf. Max Payne sucht etwas, von dem Gott will, dass man es versteckt hält. Das macht ihn noch gefährlicher. Haben Sie als Kind nie den Atem angehalten, wenn Sie am Friedhof vorbeigelaufen sind? Lassen Sie den Mann in Ruhe. Wenn einem die Menschen, die man braucht, genommen werden, kann man nie wieder der sein, der man war. Max Payne – demnächst nur im Kino. Oh. 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 Oh.